Ich begrüße euch. Ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Ich bin der Johann Troppacher und heute habe ich einen guten Freund von mir zu Gast. Das ist der Andreas Maier. Grüß euch. Und ja, wie ihr da schon seht, haben wir da jetzt was aufgebaut für euch. Ganz eine coole Sache. Und zwar, diesmal geht es um Outdoor Kitchen, Outdoor Küche. Ich bin ja gelernter Koch, ursprünglich. Ich fahre in die Fischereiszene groß zu spielen. Und der Andi hat sich in den letzten Monaten spezialisiert für Outdoor Kitchen privat. Und wir möchten euch heute einmal die Firma Petromax vorstellen. Vielleicht kennt ihr den einen oder anderen. Aber wie gesagt, ich denke, da kann der Andi jetzt auch mehr dazu sagen. Firma Petromax. Für Petromax gibt es jetzt seit genau 101 Jahren. Es ist 1910 gegründet worden. Seit 101 Jahren. Über 100 Jahre. Über 100 Jahre. Über 100 Jahre. Über 100 Jahre. Angefangen haben wir mit Starklichtlampen. Mit so genannten Petroleum Drucklampen. Da wird man den Druck unten aufgebaut hat. Und das ist in den Glühsturm, der verspült worden ist. Und hat bis 2010 eigentlich das immer weiter halten. Und gibt es auch im Vornehmen. Wird dann immer gleich gebaut. Und 2010 hat es noch einen neuen Geschäftsführer geben, der sich die Rechte wieder genommen hat von der Firma Petromax. Und beschäftigt sich das seitdem auch mit Outdoor Küche, Häfen, Faunern, Perkulatoren, und alles was zum Thema Gusseisen ist. Und überhaupt Outdoor allgemein. Gusseisen ist gerade ein richtiges Stichwort. Gusseisen, wie gesagt, Outdoor Küche auf Gusseiserner Basis. Nicht nur jetzt von den Töpfen hier her. Sondern sie haben ja auch E-Mail. E-Mail-Häferl, richtig. Oder auch die ganzen Tassen. Aber was ich halt sehr cool an der ganzen Geschichte finde, ist das, das ist ein Produkt, was wirklich auch in Europa ist. Und speziell auch in Deutschland produziert wird. Und ist eine Firma, was zu 100% aus Deutschland kommt. Und das Logo wird vielleicht euch auch schon was sagen. Das Logo, was ihr seht, ist der Drache. Und das Nächste, was mir jetzt eigentlich, ich glaube ich mir vorstellen will, ist eigentlich der Bestseller von Erna. Also das Bestverkauf der Produkte, glaube ich, kann ich sagen, glaube ich kannst du auch so sagen. Das ist der FD9. FD9. FD9, genau, richtig. In FD9 gibt es, wie gesagt, mit Füßen und ohne Füße. Also das ist immer, man kann sagen, man kocht zum Beispiel vier Personen, bis zu zehn Personen ist es auch möglich. Kommt immer drauf an, was man macht. Wie gesagt, die Töpfe sind alles Gusseisen, sehr stabil gebaut. Das ist wirklich, dass man sagt, dann hat man, kauft man sie auch einmal und dann hat man immer und kaputt bei euch. Und sind extrem, also du merkst die Qualität schon an denen, wenn du mal den Topf wirklich auch in der Benutzung hast. Das ist unglaublich, wenn du ihn hochhebst. Ich versuche den jetzt, also der hat schon ein Gewicht, wie du merkst. Und wie gesagt, ist einfach der Topseller, der Bestseller. Der Bestseller ist der FD9, ja. Was man dazu noch sagen kann, wie gesagt, da ist keine Chemie um, gar nichts. Es wird ja da in der Töpfe drin nichts anbrechen. Er ist nicht beschichtet, das heißt, ich habe keinen Teflon abkratzen, wenn man den Deckel draufsetzt. Die Beschichtung, wie gesagt, es gibt keine, ist reines Gusseisen. Man muss den Topf wieder immer pflegen und es gibt keine Chemiestoffe, was man da irgendwie mitessen kann. Es ist rein, Natur pur, das Produkt. Also die Firma Petromax merkt schon, steht einfach für wirkliche Qualität. Fällt mir wieder sehr persönlich sehr gut und haben wir echt schon leckere Sachen am Wasser gemacht. Und das ist auch jetzt das Nächste. Jetzt muss ich aber noch kurz zwischenfragen, weil du vorher gesagt hast, FD9 gibt es mit Füße und ohne Füße. Was ist da eigentlich der Unterschied? Bis auf die drei Stifter da drauf. Die drei Stifter, der Unterschied ist das zwischen zwei Trüpfel, wenn man sagt mit oder ohne Füße. Ich gebe dir den Deckel einmal. Weil ich viel Outdoor kochen tue oder vorwiegend überhaupt nur Outdoor kochen tue, dann nehme ich den wahrscheinlich mit die Füße. Da kann ich unten die Kohle rein tun und dann hat das kichere Stand. Ich sage, ich verwende den drinnen. Ich verwende den am offenen Feuer auf dem Dreibein oben. Dann nehme ich den ohne Füße, weil ich kann ihn dann auch überall anders hinstellen. Das heißt, ich kann Tanksrohr rein tun, ich kann auf dem Induktionsherd aufgestellen, ich kann auf dem Ceranfeld aufgestellen, ich kann auf dem Gaskocher aufgestellen. Das ist dann der Vorteil ohne Füße. Wie gesagt, mit Füße wird es dann auf dem Ceranfeld ein bisschen schwer. Und die Leute, die uns jetzt gefragt haben, ja Induktion, ja ist möglich, weil es ein Grußaisentopf ist, der ist überall verwendbar. Offenes Feuer, Gas, Kohle, Holz und Induktion. Ich sage zu empfehlen, ohne Füße für in und Outdoor, nur Outdoor mit den Füßen. Bei einem sicheren Stand. Outdoor Kitchen, man muss die ganze Geschichte jetzt Outdoor verwenden. Muss man eben nicht. Und das ist jetzt auch eine ganz coole Erleiterung, weil du kannst jetzt natürlich direkt am offenen Feuer verwenden, die Sache. Ob jetzt mit offenen Feuer, mit Kohle oder unter anderem auch mit einem Gas. Genau. Kocher. Aber du hast auch die Möglichkeit, dass du das Indoor verwendest oder wie du am Balkon zum Beispiel. Ohne weiteres. Wenn du sagst, hast du einen Gaskocher, man hat die Möglichkeit, dass man irgendwo ein offenes Feier machen kann. Dann kann man ganz normal draußen auch im Gasgriller betreiben, weil da kriegt man gewisse Temperatur zusammen, indirekt oder direkt. Und man kann auch ganz normal auf dem Gaskocher aufgestellen. Wie gesagt, da würde ich euch empfehlen, den ohne Füße zu nehmen. Es hat einen anderen Vorteil, Anna, was ich euch jetzt zeige. Wenn du mehrere Töpfe hast, dann kannst du den Topf auf den anderen einfach draufstehen, wie siehst. Genau. Da stößt ihn da oben drauf. Du hast unten die Kohle rein, du hast in der Mitte noch die Kohle rein. Hast du dann da eine Oberhitze noch mit dabei. Du hast die Unterhitze automatisch oben. Du legst den Deckel da oben nochmal drauf. Dann kannst du da oben auch noch einmal Kohle drauf machen. Sagst, okay passt. Dann kannst du einen kleineren kaufen, einen FD6. Dann hast du unten die Hauptspeise drehen. Dann machst du die Beilagen. Oder kannst du zum Beispiel einen Kuchen machen als Nachspeise drehen. Beziehungsweise auch mit der Google Hubform. Und was noch der Vorteil ist, ich kann hergehen und den Deckel runter. Immer jeder wird sich fragen, warum der Griff so klein ist. Das hat aber einen Sinn. Das wollte ich nämlich auch schon fragen. Ja. Du kannst den Deckel umdrehen, du stößt ihn irgendwo hin. Auf so offene Feier oder wie so ein Gaskocher. Dann kannst du dir in der Früh eine herrliche Eierspeise drehen machen. Oder sagst du eine kleine Paella oder irgendwas. Überall kein Thema. Schnitzeln, Platen, Steak machen. Ich finde das eine total coole Aktion eigentlich. Weil, wie gesagt, da bekommt man schon eine gescheite Eierspeise. Und hat eigentlich eine doppelte Funktion. Dass man sagt, ich habe jetzt nicht nur einen Topf mit Gulasch. Oder was wir heute machen, ich verrate euch noch nicht. Dann müsst ihr euch noch kurz gedulden. Aber man hat wirklich mehrere Möglichkeiten. Dass man sagt, man kocht sogar Eierspeise. Und man kann es als Pfann verwenden im Deckel. Und der Topf selber ist ja nachher, wie gesagt, für Eindöpfe. Und für mehrere Sachen auch verwendbar. Genau. Es hat ja noch einen zweiten Grund darunter, dass der so klein ist, oder? Einen zweiten Grund darunter, dass er so klein ist. Wie gesagt, wenn du ihn umdreißt, dass er nicht unten ansteht. Wenn der bis jetzt höher wäre. Dann fasst du da keine Ebene mehr. Dafür brauchst du halt noch einen Deckelheber. Was die Feier Petro auch gesagt hat. Das ist der einfache Deckelheber. Dann hacklst du da ganz normal ein. Verbrennst du nicht. Du brauchst noch keine Handschuhe anziehen. Hebst den Deckel auf. Gibst ihn wieder drauf. Überhaupt kein Problem. Du kannst den Deckel aber auch verwenden. Sonst hast du keine Handschuhe da. Machst den Griff auf. Hakelst du da oben ein. Nimmst ihn vom Feier runter. Überhaupt kein Thema. Schwer. Schwer. Cooles Sache auf jeden Fall. Wie gesagt. Ich kann nur empfehlen. Passt wirklich auf bei der Tab. Weil ihr könnt euch vorstellen. Wenn jetzt da unten eine Queen ist. Und die Vollguss-eisernen Socken. Ich bin sicher. Ich war nicht der einzige. Was sich da schon mal richtig die Finger drauf endet. Da muss man wirklich aufpassen. Weil das. Das tut dann richtig weh. Das tut dann richtig weh. Das tut dann richtig weh. Fällt dir jetzt da zu dem. Fällt dir noch was ein? Zu dem Produkt ist noch was zu sagen. Wie gesagt. Es ist Qualitätsware. Es ist kein Billig-Produkt. Es ist wirklich durchgedacht. Wenn du jetzt hergehst. Und du hebst den Griff da oben auf. Ist der komplett ausgewogen der Tab. Er kippt nicht nach links. Er kippt nicht nach rechts. Deswegen ist es da leicht versetzt dran. Okay. Billig-Tab. Wie gesagt. Du kannst ihn in die Hand nehmen. Die werden dann wahrscheinlich irgendwann einmal kippen. Okay. Okay. Und mir ist jetzt noch was aufgefallen. Und zwar. Ich muss den jetzt noch einmal aufmachen. Und zwar. Ich weiß nicht. Ihr seht das da. Da ist eine Kerbe. Und auch. Wenn ich den da oben drauf. Ihr seht das auch top am Topf. Da ist eine Kerbe. Und da ist eine Kerbe. Weißt du wie was das sind? Die Kerbe hat den Vorteil. Wenn du zum Beispiel einen Temperaturfühler oder irgendwas hast. An externen. Dann kannst du dann ein Kabel da durch reinlegen. Das passt dann genau rein. Somit ziehst du das Kabel nicht rein. Kannst du es dann in dein Stück Fleisch rein tun. Oder was du halt machst. Dass du immer sicher bist, dass die Kerntemperatur passt. Passt genau zusammen. Darum ist dann ein kleiner Pfeil. Was man sieht. Dass man den Deckel auch so drauf legt. Dass das Kabel eben nicht zwickt wird. Okay. Das ist der Vorteil von dem Schlitz. Was sich jeder fragt. Was das ist. Okay. Ja. Das ist ja auch interessant. Wie gesagt. Das zwickt man das Kabel nicht ab. Kann man die Temperatur fühlen. Ich glaube speziell auch nicht für Fleischgelicht. Das ist auch immer interessant. Gern Temperatur. Und die ganzen Sachen. Ja. Super fein. Ich glaube. Dann haben wir mal den FD9 einmal so erklärt. Dass ihr einmal die Infos habt. Was das Produkt kann. Und was machen wir heute? Ich würde sagen. Wir machen heute einmal ein ganz einfaches Schweinebrat mit einer richtigen Krustnahme. Schweinebraten. Wichtig. Schweinebraten wie die Deutschen vielleicht kennen. Wie schwer ist das Stickelfleisch? Drei Kilo. Drei Kilo im Ganzen. Werden wir jetzt den Griller starten. Und werden euch zeigen. Wie wir mit den FD9 heute draußen ein richtig gutes Schweinebraten machen. Cool. Alles klar. So. Wie seht ihr, haben wir schon etwas vorbereitet. Wie gesagt. Braten machen ist nicht schwer. Der, was es nicht kann. Für den auf jeden Fall sehr. Einen hat es schon ein bisschen vorgearbeitet. Wir haben, wie seht ihr, da vorne unsere drei Kilo Schweinebraten. Wir haben das schon vorher eingeschnitten. Da kann ich euch als Koch einen Tipp geben. Wir haben das immer in der Großküche so gemacht. Wir haben extra Stanley Messer gehabt. Einen Teppichschneider. Und damit kannst du das richtig schön einschneiden. Würde ich auf jeden Fall vorher machen bei der Krust. Dann kriegst du auch schöne Krusten zusammen. Andi war so lieb und hat schon mal ein bisschen an Zwiebel vorbereitet. Weil die Sachen will mich jetzt auch nicht da nerven mit dem Video. Wie man an Zwiebel schneidet und das alles. Weil das kann wahrscheinlich jeder. Die wichtigsten Utensilien, was wir da jetzt einmal haben, sind. Schweinebraten. Der Zwiebel. Knoblauch. Kümmel. Das ist? Schwalz vom Bauern. Dass wir am nächsten Tag ein gescheites Bratelfett auch noch haben. Zum Brot aufgestreichen. Das braune da da. Oder die braune Flüssigkeit da da. Ist ein Rinderfond. Den schieb ich noch dazu eine. Dass wir einen gescheiten Soft noch haben. Und ein gescheites Bratelfett am nächsten Tag. Also ein Rinderbouillon ist eine der wichtigsten Sachen. Da kriegt man richtig gute Bratelfetten nachher raus. Salz und Pfeffer versteht sich natürlich auch selber. Wie gesagt, wir fangen jetzt einmal aus Bratel einzubeizen. Zuerst gehen wir mal her, tun wir mal in die Kohle rein. Ja. Und in den Tatschaffen stellen wir dann einmal ein, dass man auf die Temperatur kommt. Und da kann ich einmal anfangen, eben zum anrösten, einbeizen. Und da halten wir mich auf und laufen bis es dann weiter geht. Okay. Aber das ist ja schon mal interessant jetzt. Man muss, du tust vor, jetzt in Tatschaffen rein bei die Kohle, dass es auf die Temperatur fährt. Weil sonst ist es zu kühl. Es dauert eine Zeit, bis es richtig auf die Temperatur fährt. Dass wir richtig gescheit anrösten können. Weil wenn der kalt ist, dann wird das Ganze nichts. Dass wir eine schöne Rösterramme rein kriegen. Das machen wir jetzt auf alle Fälle mal. Kohle rein. Tatschaffen rauf. Ich zeige euch ganz genau, wie es dann funktioniert. Lassen wir circa eine Viertelstunde, 20 Minuten drinnen. Und da können wir anstrengig anrösten. Jetzt habe ich noch eine Frage. Warum hast du das Brat letztens? Hat das einen Grund, warum du das Brat nicht am Vortag eingewatzt hast? Das hat einen ganz bestimmten Grund, ja. Ich würde es zuerst anrösten, dass ich Rösterramme rein kriege von alle Seiten. Ich würde zuerst erschrecken, die Schwarten darf nicht anrösten. Doch, mache ich es ja wohl. Weil wir kann es zuerst garen mit der Schwarte nach unten. Und dann werden wir es zickern, nach einer halben, dreiviertel Stunde schauen wir, wenn wir es dann umdrehen. Und dann fahren wir mit der Oberhitze drauf, dass wir eine gescheite Krusten kriegen. Jeder macht es, wie er selber will. Manche tun es am Vortag einsalzen, einlegen. Ich mache es halt anders. Wir machen ein wirkliches Krustenbraten. Ich bin es so gewohnt, dass man eine Paste macht mit Knoblauch, Olivenöl und mit einem Kümmel. Am Vortag beizt sich das Fleisch ein. Zwei Möglichkeiten hat man. Ich bin aber, wie gesagt, immer wieder offen für etwas Neues, auch als Koch. Da bin ich jetzt gespannt, wie du das angehst. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, dass wir das einfach einmal anpratzen, dass man da wirklich auch gescheite Krusten kriegt. Genau. Und dann werden wir die ganze Sache jetzt einfach einmal angehen. Dann machen wir die Kuhlen fertig. Steinen in den Ofen rein. Genau. Perfekt. So, inzwischen haben wir unseren Anzündkamin einmal angeheizt. Wir haben da jetzt 30 Stück Kohle drin, weil wir brauchen eine Temperatur so bei 200 bis 25 Grad. Bei der Firma Petromax kriegt ihr noch die Betriebsanleitung dazu. Da steht dann genau drinnen, für was für einen Touch-Ofen, wie viel Kohle oben drauf, wie viel Kohle unten drauf. Wir fangen jetzt einmal an. Wir tun einmal unten neun Stück Kohle rein und oben drauf geben wir noch 21 Stück. Das zeigen wir euch dann ganz genau mit dem Touch-Ofen noch einigen. Ein schönes Oberheiz und ein schönes Unterheiz. Zum Schluss dann, wenn wir das Bratel dann angrusteln, tun wir unten die komplette Kohle weg. 20 Minuten da oben noch die ganze Kohle drauf. Und dann haben wir unser perfektes Bratel dann. Kannst du? Ja. Wie ihr seht, ich habe jetzt zwei Kohlekörbe genommen. Da habe ich jetzt die ganze Kohle mal konzentriert dran. Das jetzt fahren wir nur auf Unterhitze. Wie gesagt, wir wollen ein paar Rösterräume zusammenbringen. Wir stellen jetzt den Topf da mal drauf, machen den Deckel von der Grille zu. Machen die Lüftungsschiebe auf. Und lassen das einmal vorwärmen, dass der mal auf Temperatur kommt. Inzwischen bereiten wir die anderen Sachen vor. Ja. Knoblauchschälen, wie gesagt. Und wenn wir da freiramen, dass ihr was seht. Aber bei Knoblauchschälen kann man nicht viel sagen. Ich kann euch eigentlich noch einen Tipp geben. Wenn es viel Knoblauch zum Schälen hat, ist die Möglichkeit auch gegeben, dass ihr das im Wasser einlegt, in lauwärmen. Dann geht da einfach einfacher zum Schälen, der Knoblauch. Oder so wie das der Andi auch macht. Draufdrucken. Er druckt da einfach drauf mit dem Messer. Er knackt ihn auch. Und dann ist das Ding auch gleich einmal viel leichter zum Schälen. Vielleicht ist es auch vom Vorteil, wenn man nicht so einen Feier hat, sondern vielleicht ein bisschen ein kleineres nimmt. Und dann einfach, wie gesagt, hat er da so ein kleines Stuhl. Das würde ich zwar nicht sagen, weil das Plastik ist. Aber wie gesagt, ich als kleiner Koch habe mein Knoblauch immer schön fein zusammengeschnitten und zusammengehackt. Und wenn ihr es nachher mit Olivenöl macht, füllt den Knoblauch. Als weiterer Tipp. Füllt den Knoblauch so weit an, dass nachher das Olivenöl den Knoblauch ganz leicht bedeckt. Und dann könnt ihr mit dem Mixer reinfahren. Und dann gebe ich nachher auch immer wieder die Kümel dazu. Und streiche das Brat mit dieser Paste ein. Die kann richtig sämig sein. Das kann richtig schön, fast flüssig sein. Und dann gebe ich erst zum Schluss nachher das Salz drauf. Und wie gesagt, ich lasse es am Tag rosten. Ich mache es anders. Und du machst es anders. Ich mache es auf die Schnelle. Genau. Vor allem, wenn du draußen sitzt, kann ich mir forschen, dass die Sache sicher auch nicht möglich ist. Dass du sagst, ja, ich bade es heute einmal ein und dann hole ich es draußen. Wie gesagt, wenn man traut einen Outdoor-Kitchen macht, hat man einfach ein Stück Fleisch vielleicht mit. Und will einfach ein cooles, gutes Schweinsbraten haben. Und dann tut man da nicht viel. Wie oft habe ich beim Fischen nicht die Zeit. Und ich will mir auch gar nicht auf die Zeit nehmen, dass ich so exklusiv essen kann. Aber das ist die schnelle Variante. Die einfachere. Du musst, wie gesagt, nicht reinbeizen. Irgendwo in den Kühlschrank reinlegen. Irgendwo hinlegen. Du machst das alles. In einem Schritt ist auch möglich. Und du kannst sehen, die kosten wird einzigartig. Da bin ich gespannt. Ich habe gesagt, ne, bevor er uns setzt. Das ist jetzt im Bild nicht drinnen. Wird der FD9 auf Betriebstemperatur gebracht. Ich glaube, dass der jetzt bald soweit ist, oder? Der ist bald soweit. Jetzt gehen wir mal schauen. Und da können wir mal schauen, wenn wir anfangen zum Anrösten dann. Der fliegt. So, jetzt habe ich mir die Hula ja gezeigt. Wenn er nicht will. Ja, super. Siew empfangen. So, jetzt machen wir es. Ja. Ja. So, ich habe die Hula ja, nicht nur Kupfer. Säge hinzu. Ich habe die Hula ja. Und ich habe die Hula. Und ich habe die Hula ja nicht. Jetzt habe ich nachdenken. Ich habe keine Hula. Ich habe die Hula und ich habe die Hula. Oh! So, unser Brat ist fertig angeröstet von allen Seiten. Schon auf Anbraten, man sieht die Kruste ist schon ein bisschen aufgegangen. Jetzt lassen wir das 10 Minuten rum, bevor wir es weiter einbeizen. Es spielt eine Scherz und sie hat einen guten Tag im Iron. Und dann noch mehr. Und jetzt kommt der Praxis heraus. So ist es, dass wir alles wieder einigen. Und jetzt geht's die Kruste. Wie viel hast du vorher gesagt? 21, ja, einfach drauf. Bist du tippert. Mal wenden bitte. Das ist gar zu einfach. Der Grüße. 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 Das war's. Ich hoffe, wir haben euch das eine oder andere über Petro Max erzählen können. Vielleicht macht es euch auch mal ein Outdoor-Schweinsbradl. Ich möchte mich bedanken für's Zuschauen. Lasst vielleicht ein Like da, vielleicht lasst auch einen Kommentar da. Wenn ihr es kommentiert, dann schreibt es uns in die Kommentare, was ihr als nächstes gerne sehen würdet von uns. Wir wollen auf jeden Fall weitere Videos für Petro Max machen, vor allem Outdoor-Kitchen. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Wenn ihr die Glocken druckt, seid ihr immer up to date. Ich sage Andi, danke. Gerne, hat mich gefreut, hat mir Spaß gemacht. Und wie gesagt, bis zum nächsten Video. Euer Hans.